Ja, guck mal, hinter dem Haus und dieses Haus da und das Haus. Ist dahinter noch, geht der da noch weiter? Die gerade Luftlinie zwischen den beiden Häusern. Geht der dann noch weiter da? Meine war da. Und das solltest du ein bisschen so machen. So solltest du das machen, Kugelhund. Papa, hast du das kaputt gemacht, Papa? Na klar. Wie kommst du da drauf, dass ich das bin, oder wahr? Ja, das sollst du nicht, das sollst du nicht machen. Und wieso kommst du da drauf, dass ich das gemacht hab, du alte Krampe? Du Schnalle. Oh, das Schnallenapparat. Also ich werte das als... Kriegserklärung. Kriegserklärung. Ich werde Distanz von dir wahren, von dir nehmen. Du böses Kind. Du böses Kind. Keine bösen Wörter. Keine bösen Wörter. Kennst du das? Nee? Nee? Aber so im Fernsehen. Nee, jetzt ist die Raupe hier. Nee, das ist die nicht. Das ist eine neue. Die andere, die hat sich so gewunden. Und war dood. Eine grüne Raupe. Mach Radio an. Mach Radio an. Nee, es geht eine Batterie drin. Hier. Kannst du essen. Was die für große Schritte macht bei Hannah? Pappen, Pappen. Na? Ja, was möchtest du denn? Ein Zaungast. Aha. Na, kauf schön, ja. Da müssen wir sie mal ein kleines bisschen an. Jetzt windet sie sich wie ein Wurm. Na, mach mal, Papa. Geht nicht. Ich will auch mal die Bände. Da hinten ist so ein Loch. Die ist ich. Nicht mit dem Papier, Hannah. Ach so, die holen das Loch ein. Das ist kein Papier. Silberpapier, du Nasenbär. Na, komm. Na los, noch einen Schnitt. Lass dich nicht so drängeln. Das ist Plum. Das sieht total witzig aus, ja? Ja, ja, klar. Das ist die Raupe Plum. Nee, das ist die Raupe Nimmersatt, würde ich sagen. Sie dreht gerade eine Ferienrunde. Uhu, hallo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Finger aus gleich ab. Wir fressen. Oh, deiner vielleicht, meine. Mann, 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 Mann. Das sieht cool, das Fiat. Der windende Wurm. Leicht böse Banane? Manne, du störst die Aufnahme. Vier Minuten sind rum, das ist der Höchstwert. Zulass hier werfen. Wir sind jetzt bei 3,52. Achso. Wir schaffen es noch, dass er runterfällt. Da kann man gerade noch so gelten lassen. Wirkt aber so unscharf die Aufnahme. Lass dich fallen, dann kommt Wurm zu Wurm. Also der Opa ist nicht nur Lingo ist, der hat zudem noch eine herätische Zunge. Das heißt nicht Snitte, das heißt Stolle. Das heißt Schniet. Mädel, ist auch noch ein Schniet. Also wir sind recht flott unterwegs, muss ich mal sagen. Wir? Nein, wir nicht. Ja, wir damit meine ich. Die Raupe. Dieses Raupentier. Wenn ich deine Geschwindigkeit berechnen würde. Die hat ja fast eh ne Runde schon gedreht, ja. Mhm. Auf dem Radio. Sie scheint aber nicht zu schneiden, ne? Was denkst du? Guck mal. So. Wir haben erstmal nur geguckt, wo das schönste zu essen ist. Ja.